Klasse Fechterinnen stehen sich nun gegenüber im Damendegen hier die deutsche Claudia Buckel vom Olympischen Fechtclub in Bonn. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft der La Chotte Fort nicht ganz so erfolgreich, nur auf Platz 33, aber in der Saison war sie klasse. Viermal hat sie ein Weltcup-Turnier gewonnen, zweimal ist sie zweite geworden, ein dreimal zweite und einmal fünfte. Also insgesamt achtmal ein Finale der besten Achter erreicht. Die deutsche, die damit Gesamtweltcup-Siegerin wurde und gegen Laura Flesselficht, die Französin. Ein Phänomen in der Fechtwelt, Olympiasiegerin in Atlanta, im Einzel mit der Mannschaft, Weltmeisterin letztes Jahr im Einzel und mit der Mannschaft. Also wirklich eine Weltklasse Fechterin, die Französin. Beide stehen sich schon etwa zehn Minuten gegenüber. Wir sind bereits im dritten Teil des Gefechts. Und wir sind nun beim Stande von sechs zu neun. Aussicht der Deutschen, die Linksfechte. Normalerweise ist Claudia Bokel eine Defensivfechterin, die sich lieber nach hinten drängen lässt und von den Fehlern der anderen Pro profitiert. Das hat sie in den ersten zehn Minuten auch des Öfteren gemacht, aber dabei leider dann immer Treffer kassiert. Deswegen macht sie jetzt ein bisschen mehr Druck. Da versucht die Französin Laura Flessel einen Fußtreffer, der gelingt ja nicht. Aber da kann sie dann doch durchsetzen. Sieben zu neun. Flessel darf sich nun nicht nach hinten rausdrängen lassen. Das sind noch etwa zwei Meter. Da macht die Deutsche wirklich gerade Druck. Ein bisschen jünger ist sie, Claudia Bokel, 25 Jahre. Zwei Jahre jünger als die Französin. Laura Flessel in Frankreich, ein großer Star. Gefeiert natürlich nach ihrem Doppel-Olympias-Sieg in Atlanta. Hier hat sie ein bisschen die Bahn seitlich verlassen. Der Obmann weist also, die Fechterin daraufhin darf, bitte wieder in die Mitte der Bahn zurückzugehen. Und dann in die Mitte natürlich am hinteren Ende. Aber mit einem Blitzangriff nach vorne überrascht die Französin Claudia Bokel, die da gar nicht so schnell gucken kann. Damit geht Laura Flessel. Weiter in Führung mit 10 zu 7. Doppeltreffer. 8 zu 11 aus Sicht der Deutschen. Also von links nach rechts. Jetzt erhöht sie den Druck wesentlich. Aber Laura Flessel ist eine, die auch gegen den Druck arbeiten kann, wie man hier sieht. 12 zu 8. Französin, der gerade eher abwartend, nicht ruhig, aber abwartend, immer unter Kontrolle haben. Und wenn Claudia Bokel hier einen Angriff versuchen möchte, und wieder läuft er die Claudia in den lang ausgestreckten Arm rein. Da versucht Bokel, den Treffer zu machen. Jetzt geht sie vor. Und jetzt sehen Sie, wie Flessel sich abduckt, den Dege nach vorne streckt und den Treffer kassiert. Da kann die Deutsche verkürzen, das haben wir verpasst während der Zeitlupe. Jetzt verkürzt sie nochmal mit diesem Fußtreffer. 10 zu 13 also Aussicht von Claudia Bokel. Die erst kürzlich beinahe wieder auf Flessel getroffen wäre in einem normalen Weltcup-Turnier in Saint-Maur, in Frankreich. Da starten nämlich beide im Finale der besten 8. Flessel wurde dann 2. Am Schluss. Claudia Bokel musste sich mit Platz. 5 begnügen. 13 zu 11 Aussicht von Laura Flessel. Der Dame aus Guadeloupe mit einer Frisur, die sich noch nicht so ganz mit den Masken verträgt. Das hatten wir vorher schon mal ein bisschen gesehen. Hier ist es wieder die Französin, deren Lampe leuchtet und die den Treffer für sich verbuchen kann. 14 zu 11. Sie kann es selber kaum glauben. Jedenfalls sah die Reaktion von ihm so aus. Da war Körperkontakt, deswegen hat der Oppmann. Sehen Sie, hier sind die beiden dann aneinander dran. Da muss das Gefecht unterbrochen werden. 12 zu 14 konnte gerade Claudia Bokel verkürzen. Und mit diesem Stolperer grüne Lampe leuchtet, grün ist Laura Flessel, zumindest deren Lampe. Und die Französin bestätigt ihre momentan faszinierend gute Form und gewinnt das Supermarkt.